Ja, ich denke, Tandi Schicker hat in der Zusammenstellung der Mannschaft einen richtig guten Job gemacht. Das war für diese schwierige Zeit, die jetzt auch, wenn man so den Transfermarkt beobachtet, fast alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, vor allem in der Defensive. Wir haben eine richtig interessante Konstellation mit vielen jungen Spielern und es ist definitiv eine extrem entwickelbare Mannschaftszusammenstellung. Das war einmal der erste wichtige Step und danach war natürlich dann auch wichtig, dass wir in der täglichen Arbeit dann auch der Mannschaft schnell einen Plan verleihen, der ihnen Stabilität, Sicherheit gibt, den sie vertrauen. Im Moment klappt das ganz gut.